Können Sie diese Person töten? Ja. Wie viel? 100 Millionen Dollar. Er wird der Chakral genannt. Er operiert im Schatten. Ein richtiger Killer. Wen suchen Sie wirken? Ein Profi. Nennt sich selbst der Chakal. Diverse Attentate werden ihm zugeschrieben. Der Chakal ist also hinter Ihrem Direktor her. Sollte der sein Testament machen. Solange der Chakal nicht gefasst oder getötet wird, dürfen wir die Angelegenheit nicht unterschätzen. Ach kommen Sie, bleiben Sie auf dem Teppich, okay? Es handelt sich nur um einen Kerl. Ich bin bereit von Chakal, ich will zu machen. Ich bin bereit für seine Gefahr. Möchten Sie uns etwas mitteilen? Ihr benutzt wahrscheinlich vier unterschiedliche Identitäten. Drei hat er bei sich und eine hat er als Reserve in irgendeinem Schließfach. Ich bin dem Chakal begegnet. Ach, habe ich das nicht erwähnt? Kein KGB-Mitarbeiter hat ihn jemals gesehen. Man kann 100 Geschosse abfeuern, bevor das erste in den Ziel einschlägt. Die Polizei befindet sich um ihre Hilfe bei der Suche nach diesem Mann. Er hat in mehreren Staaten brutale Morde begangen. Die Polizei ist überzeugt, dass er sich im Raum Washington aufhält. Der Mann ist bewaffnet und extrem gefährlich. Lauf los! Los, los, los! Immer weiter laufen! Der Schakal! Bis zum nächsten Mal.